hey leute was geht willkommen zu einem video wir spielen wieder human fallflat wieder mit der liebe eismann was eine verwunderung bei dem event human fallflat ja und es geht wieder weiter hier mit den lustigen rätseln mal schauen würde das hier handhaben ich habe schon die idee ich auch ja gut was du vielleicht noch oben den klotz holen da bin ich auch wirklich versuch gerade aber es ist ein bisschen schwerer als gedacht hier hoch zu kommen vor allem bei doch kannst du aber das ist mein skill weg ja dann stelle ich das war ein schritt zu weit du bist runtergefahren ja dann kletter darüber du kannst von daraus darüber springt du bist oder du bist nicht um das mann fuck ich bin ready hat das zu halten ja okay wie kommt man jetzt hier hoch ich kann mich hier nicht hochziehen ja an der stelle aber eben ging es nicht unternehmen sag mal kriegt man die nicht vielleicht auch niemand runter vielleicht den balken hier rauf legen oder so was geht man die geschoben nein müssen wirklich annehmen war ziemlich durch dass wir drunter geschwungen sind da hochkommt man wieder das weiß ich ja 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 ich habe es gesehen Du hast es nicht geschafft, ich habe es gesehen Das ist eine Lüge Ey Dropping down low Na verdammt Nein, ich kriege den letzten Jump nicht hin Kannst du dich nicht auf mich drauf springen? I know what they want Nein, das geht nicht Haben wir das letzte Mal schon ausprobiert Was machen wir denn am besten? Ich versuch gerade zu shortcutten Da kann man rüberspringen Ja Du hast es nicht geschafft Nein Ist es dir aufgefallen? Ich weiß nicht Von da geht es nicht Du musst von der Seite springen Ist mir auch aufgefallen gerade Warte, warte Komm mal Ein Versuch noch Achso So jetzt, viel Spaß Geschafft? Naja, fast Ich hänge immerhin schon dran Warte, ich nochmal Ich bin ein bisschen spät abgesprungen, glaube ich Ich war schon drüben und bin dann wieder runtergefahren Äh, ich stand nicht auf der Wippe Du standst nicht drauf, ja, habe ich gemerkt Zu spät Naja, ich glaube mal rechtzeitig Ich meine, die Brücke kippt ja, bevor du ganz oben aufkommst Was? Der hat dich gegriffen Ich bin Du bist ein Faggot Ja, manchmal Der kleine Pinguin Ziemlich groß Komm schon Der ist ein bisschen schräg gesprungen Ja 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 Nein Das ist halt schräge Heb doch die andere nächstens da Jetzt hängst du mir im Weg Jetzt kann ich mich nicht hochziehen Ist die andere Ich geh baden Ich auch Ja Also wollen wir das Ding jetzt serious machen oder weiterhin so skippen? Warte mal Ich versuch's dreimal, ja Mach doch Ja Du vergesst Lol, du hast mich irgendwas runtergeboxt Ja, okay Lass mich auch serious machen Oh, Bunny, hopp hoch Oh, yeah Ich dreh den Swag auf Oh, ich bin nicht gesprungen Ich vollidiot Ja, du vollidiot Ich vollidiot Komm mir nicht hoch Ich bin drüben Wie? Lel Lel? Easy I would say Alles Verkack ist hier drüben Auch nice War ja ich ein Checkpoint? Ja Ach so stimmt Das wärs noch ja nicht drüben Richtig Nein Keine Ahnung Wo muss ich denn hin? Ich komm nicht weiter Ja, ich weiß nicht, wohin ich muss Na, okay, gar nicht Warte mal kurz Ah, warte Ah, warte Ah, warte Ach, warte Ich weiß, wo er nicht muss Wir müssen nach oben durch Loll, er hat's nicht gegriffen Fick dich Fuck, voll auf'n Schädel Oh nein Bist du schon wieder zu tief gesprungen? Ja First try Second try Loll Was ist denn hier? Oh Ach so Ach so, wir müssen wahrscheinlich die beiden Balken nach vorne umbiegen Könnte ich mal schätzen Damit die Kugel da rüberfällt, weißt du? Ja, ja, das hab ich schon kapiert Warte mal Oh ja, warte mal Ach so, machst du hin Die mach ich schon Die Dinger kippen wieder zurück, du Held Na, komm her Hat's geklappt? Nein Wo bist du denn hin? Das ist nur da drüben Oh Jetzt hat's geklappt Ja Ach so Ach so Ach so Einer muss das machen Und äh Du musst es dann Du musst dann da rüber, ne? Ich muss über den Ball rüber Und wohin komm ich denn? Weiß ich nicht Irgendwo anders denn Hahaha Wieso rutscht man hier denn? Ach komm doch hoch jetzt Jetzt kommt ein Ball Ich bin auf dem Ball Oh Ich bin unter dem Ball Ich bin gefallen Ich weiß ja Wir müssen das irgendwie aufhalten Ich muss jetzt hier einlaufen, weil du es echt nicht mehr kannst Ja Dann wenn du das Ding gerade darüber schieben würdest, ne? Also ich Der kommt sogar drüben an Ja Und dann könnten wir den zweiten Benutzen Und den da unterstellen Afgade Hangover Auf den Boden absetzen So schiebst du es nur gegen die Dings Und dann musst du es schieben Moment Schieben 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 Auf den Boden absetzen Nein Achso Ah doch reicht Ich bin schon wieder drüben Karim, ne? Glauben wir auch noch gar nen Checkpoint Ich weiß doch, wer ein Checkpoint war Zieh mal, zieh, Digga Ich zieh, äh Dann Das Brett wahrscheinlich Ja, da rüber da Ich bin vielleicht da hinter euch Da kann er Schleicht drüber rüberjumpen Ach du willst das da rüber? Ja ja ich will das Ja 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 Hier ist ja nur ein kleines Gap Ja, aber mit dem Block? Ich weiß ja. Na, dann hieb doch das Brett mal hier rüber. Ja, Moment. Könntest du es entgegennehmen? Oh, nein, kann ich nicht. Das ist zu tief, da fall ich runter. Ich bin schon. Du bist verschenkt. Na, wie geht's dir? So. So, warte mal eben. Ich will was rausfinden. Okay. Was willst du denn rausfinden? Okay, das ist die Außenseite. Du stehst ja echt scheiße. Tut mir leid. Oh. Okay, ciao. Direkt in die Lücke gelasht. Ja, hab ich gesehen. Du bist ja kein Profi, so wie ich. Ach, ich hab dir das nur gut vorgelegt. Ja, ja. Du bist ja der Typ, der das gut hochmachen kann, ne? Mach mal bitte. Achso, ich dachte, du bist ja der Profi. Ich will dir auch was beibringen. Meinst du denn, die sind dafür da? Ich denke schon. Okay, warte. Ich sollte mal hier, warte. Na dann, die andere Seite. Du bist ein Held. Ja, es war doch nicht ganz unter. Es war doch schon so weit unter, dass es gehalten hat. Ja, ich will das richtig haben. Du bist nicht mehr ansatzweise ein Perfektionist. So, jetzt. Job. Ach Gott. Warte mal. Was? Achso, es war genauso scheiße drunter, wie es davor auch schon war. Jetzt sagst du, ist okay. Du faule Stück Scheiße, ey. Ja, bitte. Super. Ja, kannst loslassen. Ja. Jetzt ist nur die... Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie man da rüberkommt. Achso, nicht. Achso, genau so. Naja. Nee, das ist zu flach. Kommt gar keine neue Kugel. Die brauchen einen Tick. Ah, stimmt. Da kommt sie. Ich gehe mal eben baden. Warte mal. Ich auch. Hi. Hi. Ich bin. Ich habe da schon gecallt. Du musst hier sein, Schnellrotter There we go Nice Entspannt Also second first try, um genau zu sein Du faules Stück Scheiße Ich hatte keinen Bock mehr zu warten auf den nächsten Gugel Mach doch mal den Scheiß, Deine Aufgabe So, was haben wir hier? Wir haben drei Blöcke Kann man den moven? You don't say Den kann man nicht Hilf mir mal, ob man den moven kann Ich tue mal Wände mit dem Ding hier Achso, ja Es drücken Junge, drücken Das funktioniert aber wirklich auch noch im Spiel Klappe Mauzi Du nabbel, Alter Nicht mehr das kannst du Was? So, was muss man jetzt hier machen? Ich denke, ich weiß Da oben drauf Das obere Ding brauchen wir auch noch Dann legen wir die in Reihe und dann müssen wir immer weiter drücken Ja I guess I guess so I guess so That seems to be Ups Yeah, so Ich zieh, ich zieh, ich zieh Ist ja jemand wieder müde? Was? Ist ja jemand müde? Nö, Quatsch Achso, ich dachte schon Ich dachte, ich wäre der Einzige der Hose ist Ah nein, ich habe den Shortcut fast wieder gekriegt Was ist das? Ja, der Hund, der mit einem Dichsen spielt Ach Gott Also Baumeister sollte ich nicht werden Naja Abriss unternehmen, das würde dir stehen, weil andere Sachen, Dinge kannst du eh nicht, oder? Nee Abreißen kann ich gut, das weiß ich Ich bin drüben Ah, ok Bad game, too easy Ich bin auch gleich drüben Ach, oder auch nicht War hier kein Speicherpunkt? Doch, war einer Oh, Karin will seine Aufnahmen was bieten Jetzt fällt er trotzdem daneben Ja, die ganze Zeit Oh, cool Ich krieg gerade den beiden nicht mehr den ersten Job hin, Alter Leck mich doch am Arsch Du Focken-Nappel Ja, ich habe das so lange nicht gespielt Zwei Wochen haben wir nicht gespielt No fucking way Doch Na, das war nicht auf dich bezogen Aber trotzdem, doch Ich weiß das, ich habe die Steuerung bloß immer raus Zack, runter mit dem Brett Ich habe es nicht geschafft Jetzt hängst du da um Fuck Ich habe es nicht geschafft Karin Sag mal, hast du es geschafft? Die Frage, die habe ich dir eben schon beantwortet Nee, du hast so oft irgendwas wiederholt Ich wollte mir auch mal nachfragen und sicher gehen Achso Karin, hast du es geschafft? Ja, ich habe es geschafft Nee, hast du nicht Ach, wirklich? Ey, Karin, hast du es geschafft? Ja, klar Karin, du Lügner Ich schaff es immer Du hast deine Fans nicht anlügen Tu ich ja nicht Also meine Abonnenten, die zugehört haben Die wissen, ob ich es geschafft habe oder nicht Die zugekürkt oder zugehört haben? Ja, richtig Was habe ich gerade gesagt, oder besser gesagt gefragt? Ob ich es geschafft habe? Nein Was habe ich gerade eben gefragt, wo doch du ja richtig geantwortet hast? Äh, die Abonnenten, die zugekuckt und gehört haben Ja, aber Das war ja eine Frage Ja, da habe ich gesagt, ja Ah, okay Eigentlich wollte ich wissen, was von beiden Ja, beides Ich meine, erstens Ja, nee Doch, erstens sehen sie das ja Und zweitens hören sie das ja Oh, bitte nicht runterschmeißen, Karin Nicht? Ja, dann hilf mir Dann hilf mir Ja, also Was machst du? Was machst du? Du hast mich runtergeschmissen Du Arsch Du bist so ein Arsch Du bist so ein Arsch Du bist so ein Arsch So Jetzt holst du das dann wieder runter Du bist so ein Arsch Jetzt bin ich der Arsch hier Du hast mich runtergeschmissen Mitsamt des Brettes Ich habe gar nichts gemacht Na klar Ich habe alles unter Kontrolle Und dann hast du mich runtergeschmissen Jetzt hol das scheiß verdammte Kackbrett 10.000 Jahre später Holy crap Schade Was für Schade Wäre aber auch zu geil gewesen Fertig nicht Warte mal Ich habe eine Idee Eventuell Passiert das Klappt das Nur eventuell Ja, probiere aus Ich gucke zu Okay Du stehst da ein bisschen, Big Du stehst da am Weg Okay Ich gehe noch ein bisschen weiter Noch ein bisschen weiter Du musst drauf Also einfach draufhippen Und dann drüber Wie traust du draufhippen? Ja, mal draufspringen Und so ein bisschen Bier Ja, Bier hab twice Bier hab, Bier hab, Bier hab Und ich werden keine Freunde Oh fuck Alles geschafft, läuft Nein, habe ich nicht Ich bin ein Tick zu weit nach rechts gesprungen Ich habe es geschafft Easy Ich habe es nicht geschafft Nicht so easy Aber in the end It doesn't even matter Wolltest du dich vielleicht da ranhängen? Du hast den hier gerade runtergeboxt Ja Ja, dann kann man das noch weiter machen Da ist ein Baum im Weg Das eindeutig ein Baum im Weg Das ist machbar Versuch du mal herauszufinden Wie es da weitergeht Ja Ja Dann hat er Okay, das funktioniert wirklich Magst du mal einem Gefallen tun? Welchen? Magst du mal das Ding hier runterziehen? Bis ich den Würfel draufpacken kann? Ja, kein Problem Das Ding hat sich geschwungen zu dir Ich bin drüben Ähm, okay Wie machst du das immer? Feel-based movement mach ich Warte mal Bist du einfach rüber gejagt? Keine Ahnung, okay Wie machst du das? Wie? Ich bin ein Skiller Also Leute, merkt euch, ne? Wenn Iceman irgendwas Also irgendwelche Jump'n'Run-Spiele spielt, ne? Er behoppt alles durch Dein Quetsch Das mach ich nicht Iceman kann überall bihoppen Hier ist aber auch echt einfach Okay, wir müssen auf jeden Fall das Ding da runterkriegen Ja, bloß, ich muss kurz gucken Wie? Ähm Boden anfassen Okay Kann man da ran springen? Nein Nein Polz dir gerade runter Ah, okay Wie machst du das? Klass den Scheiß dann Warte nicht, renn nicht anspringen Ah ja, ne, ne So, jetzt Okay Geh ich da mal rauf Oh, fang Warte, war noch nicht los War noch nicht los Ja, ich brauch nicht loslassen Ich klepp Ich brauch nicht loslassen Ey, der klappt immer noch zu weit Einmal drauf springen So, jetzt gehst du auf die andere Seite Weil ich muss kurz mal neu spawnen Und dann holen wir das Ding wieder runter Okay So, danke Oh, fang Das dringend dreht sich ja eiskalt Du sollst ja auch nicht Bist du Ey, warte, warte, warte Ja, dafür musst du das Holzbrett hier zwischenlegen Ähm, andere Seite Ähm Ähm Das steht ganz gut, oder? Warte Oh nein, nein, nein 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 Ziehen Muss ziehen Wohin? Okay, scheißegal Alter, ich lass es jetzt droppen Oh, fang Warte Warte Willst du noch auf die andere Seite, ne? Nein, du sollst die Ja Kannst du das Ding irgendwie an? Ähm Warte 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 Ja, da oben drauf Ich muss so Jetzt gib Schlag mich damit Liegt, liegt, liegt So, jetzt Ich muss dir das Ding nur einmal rumdrehen Das geht ja einfach Wuh Habe ich jetzt gerade Ah Habe ich jetzt gerade weggekickt Jupp So, komm, das kommt runter Das kommt runter Ja, drauf, Karim Dann holst du das andere Ding da runter Damit wir es auf die andere Seite packen können Da kann man ja einfach nicht drüber Oh Leute, vielleicht kann man von hier Das da rüber Ja, Karim schmeißt runter das Ding Ja Jetzt legst du es hier einmal rüber Weißt du, über diesen Stein hier Ich mag mich tot Mach das, ich verpiss mich schon mal Ja, rüber, rüber Da fehlt noch ein Stück Noch ein Stück Noch ein Stück Oh, jetzt hast du das Ding gebackt Ähm Was? Ja, du gehst wieder hoch und holst das neu Ähm Ja Ja Das war Meisterleistung, oder? Nenu? Ja Ich weiß nicht, ob das eine Meisterleistung war von dir Ja Und Nein, Karim Lass das Ding nicht einfach rumdrehen Ich hole das mal kurz zurück Ja Liegt's So Ja, nice Wo kommt das jetzt runter? Bring das drauf, Karim Noch ist es bei dir auch unten Nee, es ist schon oben Ja, weil du 20 Sekunden Noch gewartet hast Und die anderen 30 Sekunden noch mal angeguckt hast Was dir jetzt passiert Oh, ich stuck wieder Und du stuckst Fuck Muss ich wieder hin Ja, du musst doch wieder rüber latschen Ich stuck Ach, nimm doch mal ab Das sagt dir der dicke Schwarze Jetzt hast du Äh, ja, okay Ich nehm die Stange mit Ah Okay, cool Aber das ist ja die, die unten spawnt Die Stange Latsch da nicht rüber Latsch da nicht Ja, ich bleib hier Ich chill mal live Oh fuck, ich rutsche hier runter, alter Ich bin drüben Ich renne mein Tod So, das wird auf jeden Fall die längste Folge von Human Fall Flag Wir sind bei 40 Minuten Ja, dann helf mir mal das Ding hier runterzuhalten Oder latsch da durch Latsch da durch Also dadurch Durch Was ist dahinter? Das nächste Level Nein The End Oh, lol Kann man sich grabben? Ja, das war das Game Hat Spaß gemacht Kann man sich grabben, irgendwo? Ja, kann man Ja, kann man Das ist auch mit runter Aber langsamer Quatsch Und wieder auf dem A gelandet Okay, das ist jetzt wirklich das Ende Und wieder auf dem A gelandet Warte, ich krieg nochmal da hin Ich bin auf dem K Ah, ah, ah Ich hab A So, warte, wo ist das nicht da? In der Mitte durch? In der Mitte durch In der Mitte durch? Ja Nein, aufs E So, ein E als nächstes Das wird ein R Fuck Jetzt komm ich auf dem I Nee, auf dem M Und wieder das A M, M, M Ja, M Zwischen zwei A's Jetzt aufs K Jetzt aufs C C Und Grand Das C nehm ich So, ich geh, ich nehm mir das Gar nichts mit Okay Ich nehm mir das Z mit Z, 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 Z Nein Die besten Credits In jedem scheißverdappten Video Das sind die geilsten Credits P Oh, zack aufs N Jetzt das P Ich dachte, jetzt kommt noch der nächste Part Wollt grad so die Abmoderation machen, weißt du Das ist einfach das Ende Wobei, durchgezockt Muss man kurz gucken Der Chief mit sich Ich hab Wir haben jetzt gezockt Fünf Stunden Ne, vier Stunden, ne Fünf Stunden, vier Stunden Ja, kann ich gleich nachgucken Aber es hat echt Spaß gemacht, auf jeden Fall Es ist ein geiles Spiel Kann ich echt Ich hab nur 15% der Dixons Errungenschaften Respawn 100x fehlt mir noch Respawn 100x Geometern musst du mit den Trucks fahren Ach du Scheiße Ich 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 clipp noch ein Zwei Buchstaben Ich versuche noch ein Zwei Buchstaben Ich versuche noch ein Zwei zu grabben Ne, leider nicht Das ist P aktuell Jetzt schlatt sich wieder runter Bam Bam, ich hab dich überholt Das hier müsst das essen, ne Nein, es geht auch weiter Geht noch viel weiter Ah, eh I, oh, uh Und ja, du hörst auch mit dazu 4,8 Stunden Komm zu mir Dann voll in deinem Gesicht, Junge Zack hier, get down Ich bin genau über dir Mein Arsch ist auf den Kopf Oh Gott Das war's jetzt aber Ja Das ist das Letzte Den, wo man da unten aufschlägt Oh, ein Fallflat Das ist der Anfang Ja Hier knallst du auch auf Da musst du durch Um ins Spiel zurückzukommen Ja, das war das Game Das war das Game, Leute Da steht's Ich hoffe, euch hat das Game gefallen Also mir hat's auf jeden Fall extrem gefallen Es hat sehr viel Spaß gemacht War geil Joach, das war Sehr nice War Bowling spielen Das hat nicht so ganz geklappt, wie ich's wollte Jeff Boy Na ja, haut rein Bis dann Haut rein Ciao Auf Wiedersehen